Frage 6. Was kostet eine Lagerhalle? Der Preis für eine Lagerhalle hängt unter anderem davon ab, ob sie gedämmt oder ungedämmt ist. Unsere kleinste isolierte Halle kostet um die 9.000 Euro. Eine große isolierte Halle um die 130.000 Euro. Ein zweiter Kostenfaktor ist die Zusatzausstattung. Bei uns können Sie optional weitere Türen und Tore bestellen, mit oder ohne Elektromotor. Auch weitere transparente Lichtplatten und ein Dachentwässerungssystem stehen zur Auswahl. Kostenfaktor Nummer 3 sind die Transportkosten. Die Lieferung einer kleinen, nicht isolierten Lagerhalle kostet zwischen 525 und 800 Euro, je nach Standort in Deutschland. Für die Lieferung einer großen isolierten Halle müssen Sie zwischen 27,60 und 47,100 Euro einkalkulieren, ebenfalls abhängig vom Standort in Deutschland.